Sannis, ihr habt ihn gehört. Auf geht's. Äh, noch mal die Karte? Wir haben hier eine Mission. Aber geh mal ins Sticker-Album, dafür musst du Plus drücken. Ich hab die Plus-Taste gar nicht. Hm. Also Achievements. Hm. Die Mission können wir also mehrfach machen. So wie ich jetzt rausdrehte. Oh. Alles klar. Okay, das sieht schon nach einem komplizierteren. Dann kannst du glaube ich auch so reinziehen. Sieht nach einem spaßigen Gebiet hier aus. Wie komm ich? Okay. Okay. Können wir auch so zerreißen? Okay. Wie machen wir das? Ach. Wir können das Trampolin auch noch drehen, okay. Okay. Aber wie kommen wir denn hoch? Aber wie kommen wir denn hoch? Äh, mit dem Wasser bestimmt irgendwie. Das ist das Einzige, was hier... Ja. Nö. Ja, wir scheitern direkt schon im zweiten Part. Nice. So viel zum Teil unserer Intelligenz. Ja. Hä? Und hiermit dreht man es ja nur. Oh. Was nun? Also hier gibt es Wasser... Oh, ich kann es noch so schicken. Okay. Ja, aber... Ja, aber... Ups. Nee, ich glaube so einfach ist es doch nicht. Das hier kann ich halt hier noch so... Ich hab's... Ich hab's... Dreh das mal. Wohin? Äh, andere Richtung. Nach links. Ah, okay. Ich... Ich... Ich verstehe. Okay. Ich verstehe. Oh? Oh, okay. Okay, nein, nein, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ja, ja. Zweimal nach links. Oder zweimal nach rechts. Sehr geil. Oder... Dann hier einmal erst nach rechts. Warte, ups. Warte, ups. Wupp. Wupp. Oh, ja. Wie ist das, wir sind richtig gekommen. So. Wir sind so schlau. Wuhu. Hey. Wee. Achso, oh. Oh. Das ist wieder... Anrichtung. Okay. Warte. Noch einen, weiter. Warte. Nein, ich wollte ja erst die Typen da retten. Ich wollte den Tresor, ich will das Cash. Ja. Juhu. Yeah. Das Cash. Okay, ich klär das Cash und du holst hier die Bullis. Ja, ja. Und dann machen wir später Hälfte, Hälfte. Ja, sicher. Ah. Okay. Ah, okay. Sehr gut. Zum Glück fliegt er nicht so weit. Willst du mal raus? Wupp. 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 Runter. Wupp. 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 Oh, du bist nicht so gebrochen, ey. Ey, ich bin neu. Ich bin neu hier. Wupp. 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 Hast du... Den Tresor hast du rein? Ja, der Tresor ist drin. Natürlich hast du. Base Trades. Das war das Erste? Ja, ja, ja. Das war's. Bis morgen. Das war's. Das war's bei. Was macht. Wir hardliben. Voor offen ist das Weiley. Es geht hier einfach nur um den Highscore, die Punkte bringen uns gar nichts. Das ist echt schade ey, das wäre jetzt nämlich so cool. Keine Erkrankten mehr, das sind dann so, wir können nicht sanitäre Aufgaben erledigen. Das nennt man nicht sanitäre, das ist ja mit dem Bart und so. Haben wir eine Mission freigeschaltet? Okay. Ach, ist das jetzt Polizei oder wie? Kann ich nur losfahren, wenn... Also hier, wir müssen die vom Bahnhof... Das war ja nicht die Lokführerin, ne? Hup. Eben die Mission noch. Dann können wir uns das mit dem Bahnhof mal anschauen. Nebenmissionen. Wir kamen, wir sägten. So, er braucht Hilfe. Du musst drücken. Alles klar, wo ist die Säge? Hier. Okay. Wir suchen uns einen Baum. Hier. Den hier. Wo? Den. So. Komm. Weißt du, funktioniert das? Ne, auf dieser Seite. Oder hier. Ja. Easy. Sägen wir erstmal. Achso, sägen? Okay. Und dann sammeln wir die Bäume einfach ein. Ich zieh nur den einen Baum. Ach da. Komm, andersrum. Zu mir. Das ist schon cool. Ja. Da hinten rechts haben wir dann noch eins. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. So, sind es dann nur drei? Dann lass es mal die dann mitnehmen. Okay. Das macht das alles leichter. Ah, es sind echt nur drei. Oh, nein. Alles klar. Ein bisschen Cash dazu verdient, hey. Nebenbei. Oh. Ja, geil. Ja, da können wir drüber fahren. Was passiert da nun? Du musst. Ein Crafting-Rezept? Oh, wir können eigene Rampen bauen. Okay. Das heißt, wenn wir zwischendurch sowas finden, können wir... Ich bin in der Rappen. Ja. Dass man mit Auto rüberfahren kann. Wann? Dann noch ein Rufzeichen. Oh. Aufs Dach? Gigi. Nee, so geht das nicht. Haha. Ich bin nicht so krass mit Ausparken. Alles klar. Alles klar. Vielleicht das. Oh. Gibt es hier oben was? Oh. Ein Paket? Oh. Oh. Wie? Was machst du da? Einpacken. Oder was machen wir damit? Ja, pack ein. Ja, will nicht. Was war los? Was? Ja, sonst schmeiß runter. Ach, wegen dem Auto? Ja, bis sonnacht nicht mehr. So, und jetzt einfach mit dem Auto runter. Fahre mal. Fahre mal. Ja, obwohl der frei vermogen ist. Oder müssen wir das dem Typen geben? Weiß ich nicht. Ich würde es gerne selber mitnehmen. Hä? Nee. Oh, hä? Irgendwie können wir mit der Kiste gar nichts machen. Können wir es zersägen? Oh, ja. Guck mal, eine Segel. Nee, nee. Ich meine eigentlich hier drin. Achso. Wir sind ja im Segelwerk. Ups. Wo war denn der Hebel nochmal? Der hier hat alles gemacht. Nee. Okay. Okay, das ist sehr seltsam. Was machen wir jetzt damit? Die schleppen uns einfach bis nach Hause. Nachher sind da einfach nur Prospekte drin. Aber was machen die auf dem Dach? Oder das ist... Ja. Da hatte einer keinen Bock zu arbeiten. Achso. Und hat die einfach aufs Dach geschmissen. So, hier. Breaking Bad. Die Pizza auf dem Dach. So nach dem... Ja, aber da ist doch so ein dicker Spalt. Eigentlich müssen wir doch damit irgendwas machen können. Ähm. Was ist denn... Diese Kiste hier vielleicht? Obwohl. Was ist denn mit dem Dach? Sie wollten ja unbedingt, dass wir aufs Dach kommen. Ja, ich dachte wegen der Kiste. Ja, aber mit der Kiste... Mit der Kiste... Warte mal. Und jetzt mal zum Beispiel das ein bisschen... Ja. Klar. Wie? Puh. Die Kiste von... Die Kiste sind's. Ist hier noch ein Hebel? Nein. Geht so die Kiste ja irgendwie da rein. Okay. Wie kommen wir denn jetzt an den Wagen? Gute Frage. Ich bin drin. Oh, wir können sie schieben, aber... Jo, nu? Wie, gute Frage. Keine Ahnung. Oh, shit. Ich kann auch nicht springen. Nee. Oh. Ah, gut gemacht. Was machen wir jetzt? Ich kann überschwimmen. Oh. Oh, da musst du vielleicht noch hin. Guck mal. Ich bin im Ding. Okay. Wollen wir so weitermachen? Oh, hier laufen. Ich glaube, hier kommen wir zu den Credits. Da sind wir out of bounds. Mh. Okay. Aber kann doch nicht sein, dass wir was gemacht haben, was... ...was nicht vorgesehen ist. Hm? Hm? Kann doch nicht sein, dass... ...wir was gemacht haben, was nicht vorgesehen ist. Kann das auch nicht rufen? Oh, fast. wir mussten verledigt ja zusammen singen das ist da dafür habe ich jetzt drei jahre ausbildung ja 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 Okay, Moment.